Ich bin Bruno Freitz aus der Schweiz. Meine Tätigkeit ist Quantenphysik basierte Unternehmensberatung und habe den Kurs gefunden über Zufälle, die es ja nicht wirklich gibt, aber bin dann auf den Kurs gestossen und jetzt hier beim Heiko Häusler. Das habe ich schon im Vorfeld festgestellt durch die Fragen, durch das Beordnungsgespräch, dass ich da viel Potenzial habe, um das Internetmarketing überhaupt zu verstehen und dann auch umzusetzen vor allem. Die grössere Herausforderung war die Technik, dass ich das System verstehe. Was passiert mit den E-Mail-Adressen und was passiert mit den Direktverkäufen, dass das eine saubere Trennung ist. Also verkaufen und E-Mail-Adressen einsammeln, dass das zwei Paar Schuhe sind. Also die ganze Verknüpfung, die muss ich mir zurechtlegen, was mache ich wann und wohin weise ich zu. Das wird die ganze Neukundengewinnung auf neue Füsse stellen. Das heisst, ich werde selber bestimmen, anhand von den bekannten Quoten und Ergebnissen, werde ich selber bestimmen, wie viele Neukunden kommen im Monat zu uns und nutzen unsere Dienstleistung. Das gibt eine unternehmerische Sicherheit, was ich bis dahin nicht direkt hatte, weil wir immer mit Außendienstleuten gearbeitet haben und das einfach ein Abhängigkeitsverhältnis gibt, was für mich als Unternehmer nicht immer zufriedenstellend war. Und das macht natürlich viel mehr Spass, weil ich da noch Europa zu erobern habe. Deutschland und Österreich wird sicher ein grosses Feld. Und ich werde planbarer Neukundenanbau betreiben können. Ja, der Highlight ist, dass ich die ersten Aktionen schon umgesetzt habe. Das macht Spass, was man sieht, dass man drei Tage Seminar und dann beginnt es bereits vorne am Tropf einzusammeln und da kann man jetzt arbeiten. Wenn Unternehmer ohne Internetmarketing richtig umgesetzt werden, werden in den nächsten drei bis fünf Jahren exorbitante Probleme haben mit Neukommen gewinnen. Mein Name ist Peter Müller. Ich bin Internet-Videospezialist und Berater für Change Management und Projektmanagement. Also ich bin mit der klaren Absicht hierher gekommen, dass ich mit einem fertigen Produkt nach Hause gehe. Und das sieht so aus, dass das wirklich der Fall sein wird. Und ich habe sehr viele praktische Tipps bekommen. Die größte Herausforderung war, diese Kette von Tools zueinander zu bringen. Ich habe jetzt etwas fertig und ich habe noch zwei, drei andere Dinge, die ich fertig machen möchte. Und das hat mich jetzt motiviert und bekräftigt, dass ich das auch selber kann. Und das werde ich auch als nächstes tun. Dann hätte ich wahrscheinlich nur noch 700 verschiedene Projekte und würde darum kämpfen, dass eines fertig wird. Das Highlight war, dass ich festgestellt habe, dass das, was ich eigentlich bisher theoretisch gelernt habe, dass das stimmt und dass Heiko Häusler das genauso sieht. Und dass ich jetzt eigentlich befriedigt nach Hause gehen kann und das realisieren kann. Und das hat mich, das war das Highlight. Ist auf alle Fälle das Richtige, wenn er etwas machen möchte, realisieren möchte. Und wenn er schon ein bisschen eine Ahnung hat, wie das etwa aussehen müsste. Danke. Vielen Dank. Bis gut.